so meine lieben und herzlich willkommen zurück zum let's play minecraft so wir sind wieder da und ich habe ein paar mods aussortiert es sollte jetzt etwas flüssiger gehen massig werden wir nichts merken aus dem einfachen grund da wir doch noch viele mods drin haben die wir jetzt schon mehr da mindere aktiv benutzt haben dadurch fällt da einiges hinten raus aber nichts desto trotz ja haben wir jetzt mal ein paar weg mit denen haben wir noch gar nichts angefangen botania zum beispiel taum kraft blood magic die habe ich jetzt mal weitestgehend alle rausgeschmissen konntest du nicht restlos entfernen ein paar wollte da nicht rauskicken aber ja wir haben jetzt mal ein ganzes stück weg das sollte jetzt etwas stabiler laufen das ganze so wir werden jetzt mal anfangen reaktoren zu basteln also müssen wir ja eigentlich im moment jetzt gar nicht denn hier können ja per konsol einfach aufs system gehen so nehmen wir die mal alle mit immer den mail so werden wir jetzt mal ein reaktor kappen das system läuft ja unabhängig sprechen können wir einmal abdübeln er macht mir doch jetzt noch nicht doch jetzt so jetzt mal ein reaktor hochschrauben genau ja gut so 1 2 3 4 5 6 7 8 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 gehen wir mal Gas. Ich muss jetzt OBS auch schon wieder umstellen. Vorhin hatte ich noch eingestellt, dass Winamp und Minecraft separat aufnimmt, als zwei eigene Fenster. Jetzt wollte ich das irgendwie nicht mehr machen. Ja, muss ich wieder umfremeln jetzt aber okay. Ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ist halt so fertig. Nicht verrückt deswegen. Dann schrauben wir die zwei Reaktoren jetzt mal hoch. Kerne haben wir ja hochgebastelt. So, den Kern, den momentan noch. Den haben wir ja hochgeschraubt, dass da mehr reinpasst. Energietechnisch, dass wir mehr rein und raus schieben können. So. Jetzt geht's darum mal die Reaktorleistung zu erhöhen. Indem wir die jetzt einfach mal hochschrauben. Und eine Wiederaufbereitungsanlage würde ich auch gleich bauen. Eine vollautomatische. So, dass wir die ganzen Abfallprodukte dann auch mit nutzen können. So. Zack. Eine Runde noch, dann haben wir es. So. Ich bin überlegen, ob wir nicht gleich beide Reaktoren parallel hochbasteln. Dann wird es eh schon anfangen. Wie sieht es denn aus der Energie technisch. Warte mal. Ja, viel ist nicht drin. Viel ist nicht drin. Ne, dann machen wir mal ein nach dem anderen. Sonst bricht uns die ganze Energieversorgung hier weg. Wäre nicht so pickelnd. Ja, es leckt immer noch nach. Also mit den Blöcken, das kriegt der noch nicht ganz geregelt. Aber immerhin, ich konnte 69 Mods tatsächlich abschalten. Wir haben fast 5000 IDs weniger, die er jetzt laden muss. Und ein Spiel dann bei Bedarf abfragen muss. Also nicht alle auf einmal, klar. Aber es ist doch immer eine ganze Stange weniger, wo er hinterher rennen muss. Macht das Ganze etwas leichter, definitiv. Ich muss doch mal gucken, vor der nächsten Runde. Ich wollte jetzt weiter aufnehmen, dass ich vielleicht noch ein paar Mods aussortiere. So wie Railcraft zum Beispiel. Das haben wir jetzt noch gar nicht benutzt. Also, dass wir mal Parts davon gecraftet haben, dass wir die mal noch so weit es geht ausdünnen können. Ich kenne mich. Wir werden erstmal viel auf den technischen Mods jetzt rumreiten. Hier kann man das System aufbauen. Tralala. Ich will die Mods alle benutzen. Das ist nach wie vor. Ja, nur. So. Bringt nichts, wenn wir da ewig dieses Gelegge und die Abstütze haben. Dann kommen wir gar nicht voran. So. Hier Lorium steht. Es läuft weiter, ne? Jawohl. So. Dann bauen wir hier mal hoch. Machen wir uns immer mal ohne Chatpacks, ne? Na, geh weg. So. Können wir das Ganze ein bisschen angenehmer hochziehen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu hoch bauen. Ja, das ist schon die Höhe. Okay. So. Ich habe übrigens eben ein weißes Fenster auf, also nicht wunderbar, wer mal was hört. So. Scheiße. Gleich mal wieder vergeigt. Ganz super. Das geht ja noch. Die kann man noch relativ schlecht abbauen. So. Dann. Pam. Nächste Runde. Äh. So. Immer hier rein. Ja. Passt noch. So. Zack. Haben wir. So. Jetzt gehe ich hier in die Ecke. Mal gucken, ob es für alle reicht. Ja, natürlich nicht. Wenn ich es von hier mache, rechts für den Äußeren nicht. Also ist egal, wie ich es mache. Okay. Ist egal, wie wir es machen. Gut. Machen wir es eben mal so. So. Also der Reaktor sollte jetzt wesentlich mehr dann schrubben können. Also das doppelte Mal Minimum. Definitiv. Ne. Ich würde sagen Minimums dreifacher. Denn wir. Der war gerade mal sieben hoch. Wir haben die Bauhöhe zum dreifacher erhöht dann. Somit ja dann auch die Anzahl der Brennstäbe. Also da sollte jetzt wesentlich mehr gehen. So. So. Dann wieder der Äußere. Okay. Egal. So. Also da haben wir den Rahmen schon mal. So. Oh. Wir haben ja eine ganze Stange dabei. So. Hier haben wir hier rein. So. Zack. Dann hier hinten. So. Und hier außen. Jetzt kriegen wir sogar den Äußeren. Na siehst du. So. Die. Äh. Bereits verbraucht. Die bereits eingefüllte Flüssigkeit an die Lorien. Die wird immer dünner. Da werden wir jetzt einiges an Material fressen nachher. Ja. Aber wir wollen ja das ganze System auf 8 Reaktoren ausbauen. Das hat ja auch seine Grundwaffe. Da wir ja keine Capgrößen Reaktoren bauen. Äh. Äh. Ja. Müssen wir die kleinere natürlich so basteln. Damit das äh genügend liefern. So. Nur ein paar Einzelne hochziehen. Aber egal. Gebrußt die Sikon haben wir jetzt noch. Ja. Verdammt. Immer wieder. Egal. So. Zack. Zack. So. Wo fehlen da jetzt noch? Ach. Ach. Da finden wir einen Haufen einzelnen noch. Okay. Äh. Warte mal. Werden wir den noch mitnehmen? Da. 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 Na komm. Klopfst dich durch hier. So, dann können wir hier nämlich noch eine ganze Reihe auf einmal hochziehen, siehste, da haben wir nur noch einen einzelnen den wir hier hochklöpseln müssen, sind wir schneller wenn wir uns 50 stäbe eisen hochziehen müssen, so, dann ziehen wir die noch hoch und zack, wunderhübsch, haben wir alle oben, na das sieht sehr gut aus, so, zack und eisen, ah scheiße, eisen müssten wir mal wieder anschmeißen, ne query durchjagen, ach wir hatten ja eh angefangen das mit Gold zu machen, ne, fällt mir gerade so ein, ja, egal, dann haben wir Reaktion mit verschiedener Kühlung, das macht ja nichts, werden wir später eh irgendwann mal auf Enderium umbauen, aber dann müssen wir uns eine richtige Farm an Maschinen bauen, wo das zusammen craftet, denn, äh, Enderium braucht sehr, sehr lange in der Herstellung, da müssen wir uns wirklich eine ganze Anlage dann dafür bauen, wo nichts anderes wie Enderium craftet, aber, können wir momentan ja nicht, weil uns ja das schillernde Erz dafür fehlt, ohne das können wir halt die ganze Enderium Geschichte ja gar nicht anleiern, so, gut, wenn eisen jetzt ausgeht, nicht so dramatisch, eine Eisenblockwelt ist gleich erstellt, dann gehen wir da kurz Eisenblöcke rausziehen und fertig, so, ja, es wird nicht reichen, aber, ja, kriegen wir hin, so, ne, ganz wird's nicht lang, aber, wie gesagt, wenn wir noch das Dimlet, dann hauen wir uns kurz eine Eisenwelt zusammen und dann ist gut, so, deswegen, oh, ich werde mich hysterisch wegen sowas schon eher, scheiße, immer einzelne Blöcke hier, wo Sonderwüste machen, naja, gut, so, den noch hoch, so, und weiter geht's, wir können ja froh sein, dass wir den Stapel überhaupt haben, dass es überhaupt sowas gibt mittlerweile durch die Mods, sonst, müssen wir alles hier händisch Block für Block hochbauen, da würdest du wahnsinnig, das kannst du machen, wenn du zu zweit, zu dritt spielst, ja, aber, wenn ihr alleine spielst, dann würdest du wahnsinnig werden, also, weiß ich nicht, so, zack, ich werde es doch nicht mehr gezogen, weil es schon wieder leer ist, okay, naja, gut, ähm, so, Eisenblock, genau, äh, ein Steinbruch, da haben wir noch einen, ähm, Tesseract, Tesseract, cking, so, ich brauche jetzt einen Tesseract, der Energie rieubschiebt, und gleichzeitig items sammelt, hm, um, überleg' grade, redstone würde ich gerne weiterhren lassen, viel zu wenig, die brauchen noch Unmengen von Anschluss vom ME-System wollte ich nicht drüberlegen. Warte mal. Oh nee, war das irgendein Kabel, so, wir machen das einfach mal so, zack, 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 da und da ein, also, ach nee, die übertragen ja gar nichts, warte mal, die übertragen ja nicht. Hallo, na komm, hallo, du hast doch weggegeben, jetzt allein, okay, ähm, Redstone Energieleitung, so, ach Redstone genau, ne, passt da wieder fast aufs Auge, schwuppern mal die mal kurz zusammen, so, da, 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 da. Dann hängen wir die einfach als Inputquelle dran, Bombs. So, zack, da hätt ich gar nicht, okay, so, Tesseract, so, dann bist du Solid Eisen, Solid Iron, Kanal 6, zack, safe, so. Energie senden, Items empfangen, so, dann, Le Cerneux, kann ruhig verstärkt haben, fehlt da alles, wieder alles, ja gut, so schnell zieht er das nicht aus, Eisen Nuggets, so, was fehlt noch, Redstone, ach so, ja, das haben wir gleich, das haben wir gleich, so, brauche ich auch nur einen, äh, ist es so, ähm, Servo, Item Doct, Item Doct 1, äh, wobei, guck mal, wir machen dann nehmen wir das gerade hier an die Kiste mit ran und fertig, so, da, 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 das ist ein Servo, extrahieren, so, ähm, so, den Tesseract in der Redstone-Welt stellen wir dann gerade Press an die Query dran, B, C, und zwei Selunder, einfach Redstone-Kabeln, zwei, drei, müssen wir hinkriegen, so, Truhe, äh, das, 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 Item Doct, Servo, da, so, ach so, das ganze Standardprozedere wieder, warte mal, Tragensmeter, einer, wirklich, oh, Scheiße, wir haben noch zwei hier, äh, Pickaxe, also, so, ja, es gibt halt Welten, die müssen wir für einen Moment 24-7 noch durchreden lassen, tatsächlich, weil uns einfach die Materialien fehlen, aber kriegen wir auch hin, äh, Transmitter, so, einer, ups, ein Empfänger, da, da, muss man auch gleich mal mobsen, das Ding mit, so, und ne Bank, momentan arbeiten wir ja noch über die Bänke, werden wir dann aber nach und nach Stück für Stück alles, äh, auf Tesseract Level umbauen, aber da wir ja im Moment keine schillenden Barren haben, ähm, bringt uns nichts, bringt es uns nichts, weil, äh, wir die Materialien dafür gar nicht herstellen können, die wir bräuchten, das ist das ganze Problem dabei. So, das dauert jetzt eh noch einen Moment, bis die durch sind, wir können in der Zeit mal unser Jetpack aufladen, so, du kannst weg, äh, also, das brauchen wir noch, ähm, nein, ein Digit nicht, und zwar, Terror, Normal, Liquid, genau, Normal. Können wir das flache Craften? Flat. Craftable. Oh, sehr schön. Ach, Scheiben haben wir gar keine mehr, die haben wir alle verkulbern. Ist egal. Äh, ich werde noch einen, genau, das Default. So, das müssen wir bauen. So, da können wir das Ding jetzt schon mal zusammenbauen. Äh, Steinbruch, Kiste für den Steinbruch, Itemdukes und Servo für in den Tesserat. Redstone kam, um den Steinbruch zu versorgen. Gut, das haben wir. So, ähm, ja. Das haben wir stehen. So, wie sieht's aus? Wer ist noch am Knöttern? Jawohl. Äh, können wir mal in der Zeit eins machen, sondern wir noch genug darauf warten. Setzen wir gerade mal die Steuerstäbe wieder alle drauf, dann machen wir die schon mal weg. So, draufpacken müssen wir sie ja nachher so oder so. Dann wird das aber schon mal erledigt. So, machen wir gleich alle drauf. Da, 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 da. So. Da, 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 da. So, geht ja auch recht fix. Ich meine, irgendwann hat man dann doch ein bisschen die Übung, wenn man mal so viele Reaktoren wie ich gebastelt hat. Wobei, da gibt's garantiert noch beklopptere Leute wie mich. Da bilde ich mir gar nichts drauf ein. Es gibt mit Sicherheit noch verrückter, aber ich hab mittlerweile jetzt doch schon einige gebaut. Und trotzdem weiß man nicht alles. Ich hab ja durch mein Megacity Projekt, hatte ich auch schon mal erzählt. Ähm, da hatte ich ja tatsächlich noch gelernt, dass man die Reaktoren direkt mit Blöcken fördern kann. Ich hab ja immer nur Barren reingeschoben und hab dann immer rumgeflucht, weil das so ewig lange gedauert hat. Ja, mit Blöcken geht das Ganze natürlich neunmal so schnell. Ja, das ist mal ein aus. So, hopps, süßte, schon haben wir das. Wie sieht's aus? Ah, die letzten laufen durch. Ach nee, Stahl muss auch noch machen, okay. Ja, dann drücken wir mal noch Gehäuse überall rein, wo wir schon fertig haben. Überall wo wir Eisenblöcke drin haben, können wir mal schon Gehäuse drauf packen. So, sieht's aus. Da haben wir da, 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 da. So. War das irgendwie reinweise gemacht? Ja. Hier. Da haben wir definitiv schon mal die ganze Reihe durch. Da, da. So. Die Seite haben wir schon mal komplett fix gestopft. Da haben wir noch einen, da haben wir. So. Machen wir schon mal alles zu, wo Blöcke drin sind. Machen wir das schon mal aus den Füßen. So. 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 Zack, zack, zack. So. Haben wir doch die Krebse vor Arbeit schon mal geleistet. Na ja, passt. So. Na siehste. Ist doch schon gar nicht mehr so viel hier jetzt. Das Redstone nachher noch rausfummeln, äh, das Ender nachher noch rausfummeln und einfach nach oben ziehen. Aber das ist die kleinste Schwierigkeit. So. Jetzt müssen wir nur noch auf Stahl warten, ne? Ja. Gespeichert, gespeichert. Geplant. Oh. Irgendwo hängt wieder was in der Schleife drin. Irgendwo hängt wieder was fest. Man kann's nicht fertig craften und wieder irgendwo was festklemmt. Muss jetzt noch gerne was. Irgendwo hängt was fest gerade. Ne, er craftet's nicht fertig. Optatischer Kondensator. Kondensator. Mal abbrechen. So. Drei Stück craften. Alle Materialien da. Hier irgendwo klemmt wieder was. Also da ist er. Kondensator. Doppelschicht, genau. Mal was abwändig. Was soll's. Ne? Alle Teile da. Irgendwo. Irgendwo hat er sich wieder verklemmt. Ne, jetzt ist der Punk hat er gemacht. Okay. Okay, ging wieder irgendwo was zwischendrin fest, aber egal. So, achso, warte mal, jetzt können wir das ja mal testen. Nehmen wir das jetzt einfach mal hier drin auf, laden direkt am Chor. Okay. So. Laden wir das einfach mal direkt hier drin auf. Naja, okay. Macht keinen Unterschied. Das ist wohl ein festgelegter Wert oder irgendwas. Keine Ahnung. Naja. Okay, machen wir das über die Bank, das geht schneller. Beziehungsweise, warte mal, können wir das mal so machen. So, hätten wir auch mal früher kommen, kein Input. So. So, laden wir uns einfach mal da drüber auf. So, bang, vollgeladen. Das ist so. Halt. Dimensionen noch zusammenknötern. Der da, das ist dann Eisen. Du, du und du. Bams. Na, 30.000 Betriebskosten, das ist okay. Das ist okay. So, haben wir hier schon genamed, irgendwelche. Ach ja, Zertus ist da drin auch mal noch dran. So. Das ist Eisen. Eisen. Konstrukteur, ach genau, den konnten wir auch nicht fertig entfusen, weil uns so das Material ausgegangen ist. Rage-Stage. So. Okay. So. In die Redstone-Welt muss man auch nochmal kurz rüber. Und wir brauchen nachher für das MD-System, Olaf, den ist zweiter. So. Oh. Stimmt, ja, da war ja was. Den hatte ich ja kurzzeitig angehalten. Richtig. Den hatte ich ja kurzzeitig eingefroren. Jetzt darfst du den natürlich voll hier, ne? Hm. Ja, macht nichts. Kann ruhig voll rennen. Aber den müssen wir uns mal ganz, ganz lange laufen lassen. Dass der richtig viel produzieren kann, denn wir werden nachher Unmengen fressen davon. Guck mal aus Spaß. Was bräuchten wir für einen? So, Bank. So. Äh. Was bräuchten wir für einen einzigen? Oh, warte mal. Mir fällt gerade noch was ein. Hilfe, Standbild. Oh, oh. Oh, okay. Die braucht man noch. So. Oh, Panik. So. Äh. Ach ja, genau. Ich wollte jetzt gerade mal gucken aus Spaß. Was bräuchten wir denn? Jedes Mann wieder. Zelle. Für eine einzige. Hätten wir sogar. Fast am. Ist nicht dein Ernst. Hätten sogar alles da für eine weitere. Bis auf die Legierungen. Klar, aber die können wir sehr, sehr schwerlich automatisieren. Hm. Okay. Hm. Interessant. Gut. Okay. Äh. So. Der Reaktor läuft weiterhin. Der produziert ja jetzt schon 210 K. RRF. Ja, da kriegen wir ein gutes Energielevel rein nachher. So, aber ich schiebe jetzt hier einmal nach. Denn wir hüpfen ja gleich zwei Welten, da muss ein bisschen Futter hinten dran stehen. So, wie sieht's aus? Fertig? Jawohl. Fertig und bepowert. Ich sollte mal wieder meinen Monitor mitnehmen hier, den wir extra dafür gebaut haben. Wenn ich nichts finde in dem ganzen Chaos hier. Äh. Hä? Wo ist denn der? Ach, der ist ja auch weg. Das war ja noch in unserer Sterberunde. Äh. Dimensionsmonitor. So, Bildschirm. Na, jetzt haben wir keine Unbekannten. Demleitzen unerbauschen. Ach, was ist das? Ich doch hier. Ich glaube, wir haben den Junkloader eh erweitert, ne? Glaube ich. Oder? War mir doch so. Zeige Laser. Hallo. Ob vier Junkes. Ich glaube, dann haben wir es so weit gezogen, dass er... Genau. Ach, guck mal. Interessant. Wollen wir rausfliegen? Ne. Ja, doch. Ja, okay. Okay, der hat alle Module hier drin. Das Ganze im Ist... Ja, perfekt. Der hat alles drin, was wir brauchen. Sehr gut. So. Verstecke Laser. So, 49 Junkes liegt er jetzt aktiv. Nein, wird okay. So. Äh. Wählgerät. Eisen. Und wählt an Eisen. Daher. Zack. Jetzt hängt er sich erst mal kurz auf, weil er jetzt die Welt laden muss. Deswegen, jetzt bin ich noch nicht panisch. Daher. Was hat mit der What? Ich kann sie sich erst mal damit ver Gerstchen. Und ich habe sie mit 5 in demFormat notamment. Und ich habe mich am lie IRA. Wir Jahren, wie ist das so.